Der mysteriöse Tod von Lex Barkers Sohn führte zum Scheitern seiner Ehe mit Lana Turner. Lex Barker war ein prominenter Schauspieler, der vor allem für seine Darstellung des Tarzan in den 50er und 60er Jahren bekannt ist. Seine markante Erscheinung, sein athletischer Körperbau und sein Charisma machten ihn zu einer Ikone des Abenteuerfilms. Neben seiner Rolle als Tarzan war Barker auch in anderen Filmgenres erfolgreich und arbeitete sowohl in den USA als auch in Europa. Sein tragischer Tod im Jahr 1973 hinterließ eine Lücke in der Filmwelt, aber sein Erbe lebt weiterhin durch seine beeindruckende Filmografie fort. In diesem Artikel werden wir einen Blick auf das Leben, die Karriere und das persönliche Erbe von Lex Barker werfen. In seinen frühen Lebensjahren wuchs Lex Barker in einer wohlhabenden Familie auf. Er wurde am 8. Mai 1919 als Alexander Cricklow Barker Jr. in Rye, New York geboren. Sein Vater Alexander Cricklow Barker Sr. war ein wohlhabender Bankier, der als Direktor der Cosmopolitan Bank in New York City tätig war. Barkers Interesse am Schauspiel begann bereits während seiner Schulzeit. Er besuchte die Deerfield Academy, eine renommierte Privatschule in Massachusetts, wo er in Schultheaterproduktionen mitwirkte. Nach seinem Abschluss an der Deerfield Academy setzte Barker seine Ausbildung an der renommierten Princeton University fort, wo er auch Englisch studierte. Auch hier engagierte er sich in verschiedenen Theaterproduktionen und zeigte sein Talent für die Schauspielerei. Während des Zweiten Weltkriegs diente Barker in den United States Army Air Forces. Nach seinem Militärdienst kehrte er zur Schauspielerei zurück und begann seine Karriere auf der Bühne. Er trat in einigen Broadway-Stücken auf, darunter Native Son vom Jahre 1941 und Lute Song vom Jahre 1946, in denen er seine schauspielerischen Fähigkeiten weiterentwickelte. Barkers Filmkarriere begann 1949, als er einen Vertrag mit der 20th Century Fox unterschrieb. Sein erster Film war Die Frau am Fenster, im Jahre 1949, in dem er an der Seite von Joanne Bennet spielte. Obwohl dieser Film kein großer Erfolg war, brachte er Barker dennoch erste Anerkennung als Schauspieler ein. Es war jedoch die Rolle des Tarzan, die Barker internationalen Ruhm einbrachte. 1953 übernahm er die Rolle des Tarzan in dem Film Tarzan und die Schlangenmenschen. Seine imposante Statur, seine athletische Figur und sein charismatisches Aussehen machten ihn zur idealen Besetzung von den berühmten Dschungelhelden. Barker spielte Tarzan insgesamt in 5 Filmen und etablierte sich als einer der beliebtesten Darsteller des Charakters. In den 60er Jahren arbeitete Barker auch in Europa, insbesondere in Deutschland. Er spielte die Hauptrolle in mehreren Verfilmungen der Karl-May-Romane, darunter Der Schatz im Silbersee vom Jahre 1962 und Winnetou vom Jahre 1963. Diese Filme erfreuten sich großer Beliebtheit und festigten Barker-Status als internationaler Star. Nach seiner Zeit in Europa zog sich Barker allmählich aus der Schauspielerei zurück, obwohl er weiterhin in Filmen und Fernsehserien auftrat. Er lebte eine Zeit lang in Spanien, wo er in einigen spanischen Produktionen mitwirkte und auch im Fernsehen auftrat. Lex Barker hatte eine vielseitige Karriere, in der er in verschiedenen Filmgenres auf verschiedenen Kontinenten erfolgreich war. Seine markante Präsenz, sein Charisma und sein Talent als Schauspieler machten ihn zu einer Legende des Kinos, insbesondere als Tarzan-Darsteller. Trotz seines frühen Todes im Jahr 1973 hinterließ Barker ein beeindruckendes Erbe in der Filmwelt. Im persönlichen Leben führte Lex Barker ein bewegtes und interessantes Leben. Er war bekannt für sein gutes Aussehen und seinen Charme, was ihn zu einem beliebten Frauenschwarm seiner Zeit machte. Barker war insgesamt fünfmal verheiratet. Seine erste Ehe war mit der Schauspielerin Constance Rose Tullow im Jahre 1942. Die Ehe wurde jedoch 1950 geschieden. Im selben Jahr heiratete er die Schauspielerin Arlene Dell. Von der er sich jedoch bereits 1952 scheiden ließ. Seine dritte Ehe ging er mit der Schauspielerin Lana Turner ein. Mit der er von 1953 bis 1957 verheiratet war. Die Beziehung erhielt viel Aufmerksamkeit von den Medien. Aber letztendlich endete die Ehe in einer Scheidung. Barkers vierte Ehefrau war die britische Schauspielerin Irene Laphard, mit der er von 1957 bis 1962 verheiratet war. Nach der Scheidung heiratete er 1965 die spanische Schauspielerin Carmen Caveira. Die Ehe mit Carmen Caveira, die später als Baronin Thyssen Bonemister bekannt wurde, hielt bis zu Barkers Tod im Jahre 1973 an. Barker war vor seinen zahlreichen Liebesaffären und romantischen Beziehungen zu prominenten Frauen bekannt. Neben seinen Ehen hatte er Beziehungen zu Schauspielerinnen wie Lana Morris und Tita Caveira. Es gab eine tragische Episode im Leben von Lex Barker, die sich auf seine Familie auswirkte. Im Jahre 1958 eignete sich ein schrecklicher Vorfall, bei dem sein Sohn Alexander Sandy Barker ums Leben kam. Sandy war das gemeinsame Kind von Lex Barker und seine dritte Ehefrau Lana Turner. Am 14. April 1958 wurde Sandy im Alter von nur 21 Jahren tot in der Wohnung seiner Mutter aufgefunden. Die genauen Umstände seines Todes wurden nie vollständig aufgeklärt. Es wurde angenommen, dass es sich um einen Unfall handelte, bei dem Sandy versehentlich eine Überdosis an verschreibungspflichtigen Medikamenten eingenommen hatte. Es gab Spekulationen und Gerüchte, dass es sich um Selbstmord handeln könnte. Aber dies wurde nie bestätigt. Der Tod seines Sohnes war ein schwerer Schlag für Lex Barker und seine Familie. Es wird berichtet, dass er von tiefer Trauer und Verzweiflung überwältigt war. Der Vorfall hatte auch Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Barker und Lana Turner, die sich kurz nach dem Tod ihres Sohnes scheiden ließen. Der Verlust seines Sohnes war zweifellos eine Tragödie, die Lex Barker sein Leben lang begleitete. Es ist schwierig, die emotionalen Auswirkungen einer solchen Tragödie vollständig zu erfassen, aber es ist auch klar, dass sie einen tiefen Schmerz in Barkers Leben hinterließ. Lex Barker verstarb am 11. Mai 1973 im Alter von 54 Jahren in New York City. Sein Tod wurde durch einen Herzinfarkt beursacht. Der plötzliche Tod von Lex Barker schockierte die Filmwelt und seine Fans. Sein Herzinfarkt ärgnete sich, als er gerade an einem Restaurant in New York City zu Abend aß. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, aber leider konnte nichts mehr für ihn getan werden. Der Verlust von Lex Barker wurde von seinen Angehörigen, Freunden und Fans tief betrauert. Er hinterließ seine damalige Ehefrau, die spanische Schauspielerin Carmen Cabrera, sowie seine Kinder aus früheren Ehen. Sein Tod markierte das Ende einer beeindruckenden Karriere und ließ eine Lücke in der Filmindustrie zurück. Obwohl Lex Barkers Leben tragisch endete, bleibt sein Erbe als Schauspieler und Tarzan-Darsteller weiterhin bestehen. Seine Darstellung des Dschungelhelden hat Generationen von Zuschauern begeistert und seine Filme werden auch heute noch geschätzt und geschaut. Barker wird als eine Legende des Films in Erinnerung bleiben. Mit dem bedauerlichen Tod von Lex Barker, einer Filmlegende, endete seine Lebensgeschichte. Dennoch lebt sein Erbe und die Erinnerung an ihn in den Herzen seiner Fans weiter. Lasst uns Lex Barker weiterhin ehren und die großartigen Filme, die er geschaffen hat, in Erinnerung behalten. Um keine klassischen Filme und fesselnden Geschichten zu verpassen, abonnieren Sie bitte unseren Kanal, um über die neuesten Informationen über Lex Barker und andere Filmstars auf dem Laufenden zu bleiben. Klicken Sie jetzt auf den Kanal.